Weil es besser schmeckt. Ne, mache ich alles selbst. Der Kick. Der Kick schmeckt einfach besser. Schmeckt auch besser. Das ist auch vom Geld her. Das ist auch wirklich ein Unterschied vom Preis her. Ja, ab und zu. Wir packen gerne Plätze. Und wir versuchen auch manchmal hier welche zu kaufen. Die sind auch ganz gut. Das ist eine gewisse Tradition, weil sie einfach besser schmecken.